Hallo, es ist schön, dass du dir diese Augenblicke Zeit nimmst, um mal auf Gottes Wort zu hören. Und dazu wünsche ich dir auch wieder Freude und vor allem seinen wunderbaren und mächtigen Segen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, heute haben wir wieder einen Losungs- und Lehrtext. Es ist der 11. November 2020 und es ist ein besonderer Tag, weil es wieder ein Tag der Gnade Gottes ist. Deswegen ist eigentlich jeder Tag ein besonderer Tag. Es ist Mittwoch und der Text ist heute aus Sprüche, Kapitel 15, Vers 16. Und da heißt es, besser wenig mit der Furcht des Herrn, als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Ja, von Salomo, der ja wirklich einer der weisesten Menschen war, von dem wird es gesagt in der Bibel. Und auch wenn er mächtige Schätze hatte, hat er doch erkannt etwas, was ganz wichtig ist für den Durchschnittsbürger. Für diejenigen, die sich manches Mal nach mehr sehnen, hätte ich doch noch dies oder das oder wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Aber das stimmt eigentlich nicht, denn das, was uns Menschen wirklich glücklich macht, ausfüllt, Sinn gibt, Orientierung und Wegweisung und letzten Endes das Tor in die Herrlichkeit ist, das ist Jesus Christus. Nicht umsonst hat er gesagt, ich bin gekommen, auf das sie das Leben und volle Genüge haben. Und dieses volle Genügen ist nicht in äußeren Schätzen zu beziffern, sondern das volle Genüge ist einfach in der Geborgenheit Gottes als sein Kind, als sein erlöstes Kind, das er von ganzem Herzen liebt. Und wenn wir das nicht haben, dann tritt Unruhe ein in unser Herz. Und ständig ist man auf der Suche nach irgendetwas, nach, ja, nach noch einem Kick und noch mehr und noch mehr. Und immer kommen wir leer zurück, wie es heißt in dem Lied, sie suchen, was sie nicht finden. Manche kennen das schon, in Liebe, Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unzufrieden zurück. So ist es. Was oder wen suchst du? Such den Herrn. Heute. Ja, dann im Lehrtext, der führt uns hin ins Markus Evangelium, ins 8. Kapitel. Dort in Vers 36 heißt es, was hilft es, den Menschen die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele. Wow, was für eine Konzentration an Weisheit und Wahrheit. Und ja, also da ist schon alles gesagt eigentlich. Was hilft es, wenn du deine irdischen Sehnsüchte, wenn die abgedeckt werden und du alles hast, was du dir nur wünschen kannst. Und dann gibt es nichts mehr, was du dir wünschen kannst. Weil das Letzte, was du dir dann wahrscheinlich wünschst, ist der Herr. Aber was hilft es den Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Was ist dieser Schaden an der Seele? Ich glaube, die Seele ist etwas, was Gott dem Menschen gegeben hat. Eine besondere Lebensmöglichkeit, die in der Gemeinschaft mit Gott existieren kann. Aber dadurch, dass der Mensch sündig geworden ist, ist diese Beziehung zu Gott kaputt gegangen. Und die Konsequenz ist, dass man dann, wenn der Mensch seine Leiblichkeit nicht mehr hat, wenn er dann in der Ewigkeit ist, dass er dann in seiner Seele und durch seine Seele getrennt ist von Gott. Und kein wirkliches Leben mehr hat. Da ist ein Ort der Qual, sagt die Bibel, also es ist unvorstellbar. Also der Aufruf heute ist, die Orientierung wieder neu zu positionieren und sich nach dem Herrn auszurichten. Nach dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der über allem steht. Der größer ist das, was wir uns je und auch nicht dann in der Ewigkeit vorstellen können. Aber der liebevoll ist, gnädig und barmherzig und von großer Güte. Und er will, dass du auch keinen Schaden nimmst an deiner Seele. Aber das ist nur dann, wenn du eine persönliche, lebendige Beziehung mit ihm eingehst durch Jesus Christus. Weil er, wie es die Bibel sagt und lehrt, für unsere Sünden gestorben ist, damit wir gerecht werden vor Gott. Und damit auch wieder in die Gegenwart Gottes kommen können. Denk einfach über diese kurzen Verse nach. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und vor allem die Gegenwart Gottes, dass sie dir mehr und mehr bewusst wird. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!